Best for Soil – Kompostqualität Hallo, ich bin Jacques, ich bin Forscher am FIBL und habe mehr als 30 Jahre über Kompostqualität und Kompostanwendung geforscht. Heute zeige ich Ihnen in diesem Film, wie Sie die Qualität eines Komposts mit einfachen Methoden bewerten können. Dies mit dem Ziel, festzustellen, für welche Anwendung der Kompost verwendet werden kann. Ich habe hier eine Kompostprobe. Es ist sehr wichtig, dass die Probe homogen ist, damit sie die gesamte Kompostmitte darstellt. Daher müssen Teilproben aus dem gesamten Haufen entnommen und vor der Analyse gründlich gemischt werden. Bei der Charakterisierung der Kompostqualität werde ich zwei Faktoren berücksichtigen. Zunächst analysiere ich mithilfe einfacher chemischer Messungen Parameter, die sich während des Kompostierungsprozesses ändern, wie zum Beispiel pH-Wert, Salzgehalt und verschiedene mineralische Stickstoffformen wie Ammonium, Nitrit und Nitrat. Zweitens mache ich einen Wachstumstest mit Pflanzen, genauer gesagt mit Kresse, um die Reaktion dieser Pflanzen zu beobachten, sobald sie mit dem Kompost in Kontakt kommen. Für die einfache chemische Analyse werde ich zwei Extraktionen durchführen. Die erste mit Wasser, um den Salzgehalt des Komposts zu messen. Die zweite Extraktion erfolgt mit Calciumchlorid zur Messung des pH-Wertes und der Mengen an mineralischem Stickstoff, Ammonium, Nitrit und Nitrat im Kompost. Ich gebe 500 Milliliter Wasser in das Fläschchen, dann gebe ich 50 Gramm Kompost zu dem Wasser in dem Fläschchen. Dann gebe ich 500 Milliliter Calciumchlorid in das Fläschchen dazu und auch 50 Gramm Kompost. Das Fläschchen wird gut geschlossen und dann für eine Stunde geschüttelt. Dann werde ich die beiden Flaschen mit 50 Gramm Kompost in 500 Milliliter Wasser oder Calciumchlorid eine Stunde lang schütteln. Der pH-Wert des Komposts wird im Calciumchlorid-Extrakt vor seiner Filtration gemessen. Im Allgemeinen variiert der pH-Wert eines frischen Komposts zwischen 8 und 8,5 und eines reifen Komposts zwischen 7 und 7,5. Jetzt werde ich die beiden Proben für die nächste Analyse filtern. Im Wasserextrakt werde ich den Salzgehalt messen. Im Calciumchlorid-Extrakt messe ich die verschiedenen Formen von mineralischem Stickstoff, Nitrat, Nitrit und Ammonium. Die Filtration benötigt einige Zeit, circa ein bis zwei Stunden, um genügend Flüssigkeit für die Analyse zu erhalten. Aus diesem Grund ist es gut, mit der Analyse am Morgen zu beginnen, um nicht zu spät in der Nacht fertig zu werden. Jetzt habe ich genug Wasserextrakt und kann daher die elektrische Leitfähigkeit des Extrakts messen. Diese gibt uns Auskunft über den Salzgehalt des Komposts. Ich habe jetzt auch genug Calciumchlorid-Extrakt und fahre mit der Messung von Nitrit, Nitrat und Ammonium fort. Ich werde mit der Nitrit-Analyse beginnen. Dies ist ein Gerät zur schnellen Bestimmung von Nitrit, ist in der Anwendung sehr einfach und kann unter Feldbedingungen verwendet werden. Ein Teststreifen wird in den Extrakt getaucht und dann in das Gerät eingesteckt. Nach 15 Sekunden wird das Ergebnis auf dem Display angezeigt. In diesem Extrakt ist keine Nitritmenge nachweisbar. Das ist ein gutes Zeichen. Nitrit ist ein Indikator dafür, dass im Kompost anaerobe Bedingungen aufgetreten sind, welche unerwünscht sind. Die Nitrat-Analyse ist etwas länger. Sie dauert 60 Sekunden. Nach ein paar Sekunden weiß ich, wie viel Nitrat sich im Extrakt befindet. Mit diesem Wert kann der Nitrat-Gehalt von 1 Kilo Kompost-Trockenmasse berechnet werden. Die Analyse des Ammoniums ist etwas komplizierter. Ich gieße 5 Milliliter des Extraktes in einen kleinen Messbecher. Dann gebe ich 10 Tropfen Reagenz 1. Gefolgt von einem Löffel Reagenz 2 in den Becher. Nach dem Schütteln zum Auflösen von Reagenz 2 verwende ich erneut einen Streifen, um den Test durchzuführen. Die Testdauer beträgt 8 Minuten. Für den Bio-Test mit Pflanzen werde ich Kresse verwenden. Ich werde zwei verschiedene Tests machen. Der erste Test ist der offene Test. Ich benutze kleine Plastiktöpfe mit 9 cm Durchmesser. Bei diesem Test reagiert die Kresse auf den direkten Kontakt mit dem Kompost. Der zweite Test ist der geschlossene Test. Für diesen Test verwende ich Plastikdosen. Sie werden zur Hälfte mit Kompost gefüllt und dann luftdicht verschlossen. Unter diesen Bedingungen reagiert die Kresse nicht nur auf den Kontakt mit dem Kompost, sondern auch auf die vom Kompost erzeugten Gase, insbesondere wenn dieser noch nicht reif ist. Daher ist der zweite Test sehr empfindlich, während der erste weniger empfindlich ist. Der getestete Kompost wird immer mit einem Referenzsubstrat verglichen. Diese Referenz ist ein mit Mineraldünger modifiziertes Torfsubstrat, um über die Zeit stabile Ergebnisse zu erzielen. Für den offenen Test werden drei Töpfe mit dem Kompost und auch dem Referenzsubstrat gefüllt. Dies gewährleistet die Qualität und Vergleichbarkeit des Tests. Die für den geschlossenen Test verwendete Menge beträgt 500 Milliliter in einem Ein-Liter-Gefäß. Dann gebe ich ungefähr ein Gramm Kresse-Samen in jeden Topf. Ich wiege die Samen nicht, benutze aber einen kalibrierten Löffel. Ich verteile die Samen über die gesamte Oberfläche des Topfes. Für den geschlossenen Test gebe ich auch ein Gramm Kresse-Samen hinzu. Es ist wichtig, dass die Samen auch entlang der Wand platziert werden, da ich in diesem Test die Wurzellänge messen werde. Im offenen Test messe ich das Gewicht der Pflanzen, im geschlossenen Test die Wurzellänge. Die Ergebnisse sind immer mit denen des Referenzsubstrats zu vergleichen. Auf diese Weise können die Ergebnisse von Tests verglichen werden, die zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr, im Sommer oder im Winter durchgeführt wurden, obwohl die Umgebungsbedingungen nicht dieselben waren. Dann befeuchte ich den Kompost ausreichend und verschließe die Gläser hermetisch. Gleiches gilt natürlich auch für den offenen Test. Für diesen Test ist es wichtig, die Töpfe bis zum Keimen der Samen, das kann 24 bis 48 Stunden dauern, mit Kunststoff zu bedecken. Andernfalls kann die Kompostoberfläche austrocknen, die Samen keimen nicht. Dies könnte dann fälschlicherweise als Kompostqualitätsproblem interpretiert werden. Es ist wichtig, dass alle Töpfe und Gläser ausreichend beleuchtet sind, aber nicht direkt im Sonnenlicht ausgesetzt sind. Andernfalls steigt die Temperatur in den Gläsern zu stark an und die Pflanzen wachsen nicht, sie werden gekocht. Das sind die Pflanzen nach sieben Tagen Wachstum. Wie Sie sehen, ist die Kresse auf dem Referenzsubstrat sehr gut gewachsen. Im Gegensatz dazu hemmten einige Komposte, wie dieser sehr frische, das Wachstum der Kresse. Auf einem viel reiferen Kompost wuchs die Kresse ziemlich gut. Zur Auswertung des offenen Tests messe ich das Gewicht der Sprossen. Ich habe sie ein Zentimeter über dem Boden geschnitten. Im geschlossenen Test sieht man hier das gute Wachstum der Wurzeln auf dem Referenzsubstrat, während auf einigen Kompostsubstraten das Wachstum viel geringer war. Dieser Test ist wirklich empfindlicher als der offene Test. Für die Auswertung messe ich die durchschnittliche Länge der Wurzeln. Dann berechne ich den Prozentsatz der Wurzellänge im Vergleich zur Länge auf dem Referenzsubstrat. Zur Interpretation der Testergebnisse finden Sie im Best for Soil Factsheets Referenzwerte zur Kompostqualität. Dieses Factsheet ist auf der Best for Soil Website frei verfügbar.